Morgen Leute, wir sind wieder auf der Hauptgeschäftsstraße in Quatschoab und es soll auf den Affenfelsen gehen. Bis da oben sollen es exakt 394 Stufen sein und mal sehen wie weit wir kommen. Direkt gegenüber des Felsens befindet sich ein buddhistischer Tempel. Obwohl hier ständig versucht wird, die Anlage sauber zu halten, haben die Affen und die Hunde hier jeden Tag wieder alles verschandelt. Jede Menge Hunde hier. Ein kleineres Gebäude vor dem Hauptgebäude des Tempels mit vielen Buddha-Figuren, die mit Gold beschichtet werden. Schlafende Hunde soll man nicht wecken. Das Hauptgebäude wieder für den Publikumsverkehr beschlossen. Der Kopierscheib bei den Affen. Also rauf auf den Affenfelsen. Alles ziemlich verdreckt hier. Und hier sollen ca. 2.000, 2.500 Affen rumturnen. Wir wollten schon vor längerer Zeit auf den Felsen. Aber als der eine Affe dann Keus' Fahrrad umschmiss und unser Essen klaute, wurde ich doch nachdenklich. Der hat ein ganz schön aggressives Verhalten an den Tag gelegt. Und naja, heute ist es nicht so warm und wir entschlossen uns doch mal da hoch zu laufen. Scheinbar so eine Art erster Rastplatz. Von der ersten Etage hat man schon eine schöne Aussicht. Sicht in die andere Richtung. Und weiter geht's. Bisher, oh, ich wollte gerade sagen, bisher keine Affen in Sicht. Ein Stückchen weiter haben sie die ganze Treppe blockiert. Wieder ein Blick über die herrliche Landschaft. Und da die Affen. Na ja, ganz wohl ist man nicht dabei, Leute. Jemand in den Kommentaren meinte, ich sollte mir eine Plastikschlange besorgen. Die Affen hätten Angst davor. Ich suchte da überall rum. Auf Marken und in kleineren Geschäften fand leider keine. Das Experiment hätte ich zu gerne gemacht. Das könnt ihr glauben. Ja, Kai hält sich hinter mir. Ich weiß nicht, ob die auf einen los sind. Ziemlicher Gestank hier. Hier die Affen mit Kindern, ich weiß auch nicht. Immer schön langsam gehen. Die hängen wirklich überall rum. Keinerlei Angst. Glaube ich jedenfalls. Meine Güte, der ganze Felsen ist voll Affen. Die Aussicht ist natürlich grandios. Also wer hier hoch geht, sollte keine Angst vor Gestank haben. Alles voll Affenscheiße. Nein, sieht das hier schön aus. Aber der Aufstieg ist ganz schön anstrengend. Und das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht. Geht da noch ein ganz Stück hoch. Überall so kleine Aussichtsplattformen. Von der nächsten Plattform aus aufgenommen. Riesen Felsbrocken. Kommt schon wieder einer von denen. Der ist müde. Die haben wieder wo was geklaut. Die Reinigungskolonne, die jeden Tag versucht, das Gelände sauber zu halten. Und wir sind wieder eine Etage höher gekommen. Ein Schriftzug ähnlich wie im Seebad. Wir haben die letzte Etappe zwischen. Zwei Affen im Baum. Das ist der Kaohsiung Kajok. Die Jungs halten ein Schwätzchen und machen Pause. Es wird fleißig am Gebäude ausgebessert. Alle Gebäude sind wegen der Affen verschlossen. Die Schlosseraussicht. Der Schriftzug von oben betrachtet. Der Schriftzug von oben betrachtet. Teilweise sind die Bäume vollkommen ohne Laub. Von den Affen zerstört. Noch eine Etage höher gegangen. Den höchsten Punkt da hinten lasse ich aus. Die sind mit Arbeiten beschäftigt. Möchte ich auch nicht unbedingt stören. Soweit ich höre, lebt nur ein Mönch hier oben. Die anderen haben aufgegeben. Wegen der Affen. Die müssen die ganzen Baustoffe von unten nach oben transportieren. Das geschieht mit einem riesen Fahn am Nachmittag. Ich habe ein Gespräch mit dem Mönch. Der Abstieg geht dann etwas einfacher. Hoffe ich jedenfalls. Oh mein Buddha, Leute. Die Horde treffen wir beim Abstieg. Ich sehe da schon einen großen da an. Meine Güte. Oh oh. So. Du bist bei Leuch. Elius. Komm, 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 komm. Ja Leute, ich muss sagen, der Aufstieg war anstrengend, aber nicht so anstrengend wie der zu der Höhle. Die Treppen sind angenehm begehbar. Ein mulmiges Gefühl hatte ich manchmal gegen die Affen, weil schlecht anzuschätzen, wie die reagieren. Ansonsten würde ich sagen, der Aufstieg lohnt sich. Sehr schöne Sicht von hier oben. Allerdings stinkt es teilweise ziemlich bestialisch. Ja, das war's von uns für heute. Falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal, bewertet sie positiv, bleibt mir alle miteinander gesund, haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen. Und wie ich hoffe, bis demnächst auf diesem Kanal.